Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mache ich ein etwas größeres Video über Wolfgangs Messer. Nicht nur Messer, es ist auch noch etwas anderes dabei. Wenn ihr Interesse habt, dann bleibt es einfach dran. Ich habe ja schon ein paar Wolfgangs Messer vorgestellt. Ganz besonderes Highlight für mich ist immer noch das Ambulo. Das Outdoor Messer mit Feuerstahl, Pfeife, Kaideckscheide und Tec-Lock. Es gibt weitere Outdoor Messer, die gut sind. Zum Beispiel habe ich das Hunters hier. Es ist noch original verpackt sogar. Die Farbe ist dementsprechend so, dass man es eben sehen kann. Wenn es im Waldboden runterfällt, kann man es gut im Wald oder auf dem Waldboden wieder sehen. Das meine ich eigentlich durch das starke Orange. Das ist natürlich wunderbar. Das Messer selber. Das ist dann mit einer schwarzen Klinge hier. Kann man wunderbar sehen. Hoffe ich. Der Griff ist gummiert. Es ist sehr schön. Es ist griffig. Fühlt sich klasse an. Es rutscht fest. Ist auch sehr wichtig. Also schon eine gute Sache. Ein gutes Handling. Ich selber benutze das Messer aber nicht. Also solch ein Messer. Weil ich brauche immer ein bisschen mehr. Ich möchte halt immer ein universales Outdoor Messer haben. Eins mit dem ich alles machen kann. Wobei ich mir sehr sicher bin, dass auch das Messer sowas schafft. Wie zum Beispiel jetzt Holzspalten und so weiter. Da habe ich überhaupt keine Bedenken, was das betrifft. Das ist ein sehr günstiges Messer. Um die 20 Euro. 19 Euro sowas. Bei Wolfgangs. Ja genau. Dazu später noch eine Kleinigkeit. So. Dann habe ich das W2. Möchte ich doch zuerst vorstellen. Outdoor Messer. Das sieht so aus. Ist immer schön verpackt eigentlich. Mir gefällt das sehr gut. Da ist immer so ein Saubertuch dabei. Zum Reinigen. Und ja eine Karte. Dankes Karte. Und natürlich auch ganz wichtig. Darf man nicht vergessen. Es geht immer ein kleiner Teil, wenn ihr so ein Messer kauft. An die Kinderkrebshilfe. Finde ich super. Und so weiter. Ja. Also immer ganz schön gemacht. Hier auch mit den Kartons. Fühlt sich alles immer sehr hochwertig an. Da geben die sich schon richtig Mühe. So. Also wie gesagt. Das ist das W2 Outdoor Messer. Es ist ähnlich wie das Hunters, wo ich gerade gezeigt habe. Das ist die Plastikverpackung schon ein bisschen eingerissen jetzt. Ich habe es natürlich alles schon angeschaut. Auch sehr scharf. Sehr griffiges Messer. Man muss auch immer bedenken. Das ist auch gummiert. Dass die Klinge und der Griff immer ein Teil. Also da ist nichts irgendwie auseinander. Sondern es ist ein Teil. Wenn man das jetzt runterschneiden würde. Es gibt auch Videos, wo das die Kollegen machen. Kann man sehen, dass das eben ein Teil ist. Ich möchte das Messer nicht zerstören. Da habe ich noch etwas anderes mit vor. Und deswegen lasse ich das eben. Sehr schönes Messer. Gefällt mir gut. Damit kann man auch alles machen. wie zum Beispiel Holzspalten. Schlitzen natürlich. Oder Feuerstahl anreißen, wenn man dabei hat. Weil das immer sehr scharfkantig immer hinten ist. Also genau so wie es sein soll für ein anständiges Outdoor Messer. Also man kann damit auf jeden Fall arbeiten. Hier oben ist immer ein bisschen Grip. Für den Daumen zum Nachdrücken. Wenn man irgendwas machen möchte. Also richtig cool. Gefällt mir. Die Scheide selber ist auch in Ordnung. Das ist eine Kaidex-Scheide. Ich weiß gar nicht wie rum. Das war schon richtig. Genau. Kaidex-Scheide. Und hier hinten ist auch schon montiert. Wenn man es bekommt. Ist dann der Tech-Lock. Für den Gürtel oder den Rucksack kann man dann eben. Je nachdem. Mit den Schrauben dann verstellen. Also ich habe es früher immer. Ich habe solch ein Messer mit Tech-Lock immer gerne am Rucksack gehabt hier. Da kann man es natürlich dann eben so machen. Dass dann das Messer auch dementsprechend. Wie man es haben möchte. Eben am Rucksack befestigt werden kann. Sehr schönes Messerchen. Genau. Packen wir das mal wieder ein. Auf die Schnelle. So. Wie ich das Video von Wolfgangs fertig hatte. Kurz danach. Einen Tag später kam dann dieses Messer noch. Das ist von Wolfgangs das Lupo. Das ist ja im Baukastenset verfügbar. Das Messer. Sieht so aus. Also es ist schon ein ordentlicher Prügel. Und was heißt Baukastenset. Also man kann sich hier zum Beispiel. Dann die Griffe eben aussuchen. Die Farbe und so weiter. Das ist schon ein ordentlicher Prügel. Sag ich mal. Wiegt auch ordentlich was. Wer richtig gut mit Holz arbeiten möchte. Und ständig drauf haben will. Irgendwo. Da ist das Messer schon klasse. Aber es hat halt auch Gewicht. Also ich persönlich bevorzuge leichtere Messer. Aber ja. Wer halt was richtig Fettes in der Hand haben will. Der ist gut beraten. Mit dem Lupo. So sieht das aus. Natürlich wie gewohnt. D2 Stahl. Etc. Etc. Hier ist noch diese. Das Bandteil ist halt auch noch dran. Klasse Geschichte. So weit. Was soll man da sagen. Und natürlich auch wieder dabei. Kydex Scheide. Mit Gürtel. Clip. Und Tec-Lock. Feuerstahl. Da sind immer 2 dabei. Das eine ist hier mit Klettverschluss. Da kann man das eben um den Gürtel direkt machen. Oder man schlauft den Gürtel ein. Mit dem anderen Teil. So weit. So gut. Das ist das Lupo. Ich habe gesehen es ist schon wieder ausverkauft. Ja. Und dem Baukastensystem finde ich ganz gelungen. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Auf der Wolfgang Seite. Und dann machen wir hier mit dem anderen Video weiter. Dann haben wir das W3 Outdoor Messer. Übrigens W2 und W3 habe ich gesehen ist aktuell ausverkauft. Gibt es nicht. Dieses Messer habe ich tatsächlich auch schon im Einsatz gehabt. Weil es so alle Kriterien erfüllt. Die ich mir für ein gutes Outdoor Messer draußen wünsche. Was mir besonders aufgefallen ist. Oder was mir überhaupt gleich aufgefallen ist. Was mir auch sehr sehr gut gefällt. ist der Gürtel. Die Gürtelschnalle. Beziehungsweise eben die Halterung für den Gürtel. Das kann man hier mit Reißverschluss öffnen. An den Gürtel befestigen. Und wenn man das Messer eben nicht mehr braucht. Ist es einfach abzunehmen. Das finde ich richtig gut. Ja. Also das ist schon eine große Sache. Und dort ist natürlich auch der Tech-Lock wieder befestigt. Vorinstalliert. In dem Fall würde ich den dann abnehmen. Aber das spielt ja keine Rolle. Das kann ja jeder machen wie er möchte. So sieht das aus. Das Ganze. Und da vorne fällt auch schon auf. Weiß. Das ist ein Schleifstein. Also der ist auch gleich hier dabei. Ja. Also ich selber habe jetzt den Schleifstein eben schon separat sowieso. Aber wenn man das eben kompakt haben möchte. Dann ist eben dieser Schleifstein da schon integriert. In der Hülle finde ich auch eine coole Sache. Und natürlich der Feuerstahl. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. So von der Festigkeit her ist es auch gut. Da bröselt es immer ein bisschen vom Feuerstahl noch. Ich habe natürlich den Feuerstahl schon benutzt. Deswegen sieht er auch so dementsprechend aus. Ganz ehrlich. Da lasse ich mich nicht lumpen. Das einzige das ist aber individuell zu betrachten. Was ich für mich selber. Also der Feuerstahl selber. Geht sehr gut. Was für mich nur wichtig ist. Mir ist der zu groß. Also vom Griff her. Ja ich kann damit nicht so gut arbeiten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Light My Fire oder etwas dünnere Feuerstahl. Die gefallen mir einfach besser. Dann komme ich besser zurecht. Aber ansonsten. Ja aber ich kann halt eben diesen mit der Daumentechnik. Das nicht so gut ausführen bei denen. Aber ansonsten geht der tatenlos. Wenn man schon Feuer entzündet damit. Funktioniert. Also hier nochmal der Feuerstahl eben. So sieht das aus. Und das Messer hier. Ja. Das wird natürlich jetzt nicht so scharf. So jetzt haben wir es. Auch da natürlich die Klinge. Durchgehend. Und. Das ganze hier. 440 C Stahl. Also schön. Schwarze Klinge. Klasse Sache. Tja. Was. Möchte ich zu dem Messer noch sagen. Das wäre genau das. Was ich bräuchte. Wenn ich jetzt kein anderes hätte. Und trotzdem. Achso. Und da muss man bei dem Feuerstahl. Muss man auch bitte aufpassen. Dass der richtig rum. Eingefügt wird. Und dann klemmt der sich da ein. Sonst verliert man eventuell. Ähm. Ja. Den Feuerstahl draußen. Das wäre sehr ungünstig. So. Noch dabei ist dann hier. Noch eine andere Halterung. Da kann man dann direkt den Gürtel. Durchschlaufen. Da ist halt eben jetzt kein Klettverschluss dran. Auch. Super Sache. Echt gelungen. Finde ich ein klasse Messer. Gefällt mir sehr gut. Ja. Ist schon wie gesagt. 2 und das 3er. Ist schon ausverkauft. Mal sehen wann wieder neue kommen. Äh. Aus zeitlichen Gründen bin ich auch relativ spät. Wieder dran mit diesen Messer Videos. Ist leider so. Ich schaff's oft nicht früher. Aber ich. Wenn ich jetzt überlege. Wenn ich nicht rausgehe. Für jedes Messer. Dann. Geht's sehr wohl. Zeitlich mal aus. Okay. Gut. Es gibt keinen Nachteil. So bei den Messern. Also ich finde jetzt nicht schlecht. Ich hab's eben schon hergenommen. Zum Holzspalten. Alles mögliche. Sehr robust. Und. Das einzige was mir nicht so zusagt. Ist halt die Dicke des Feuerstahls. Aber das ist jeder. Muss jeder für sich selber entscheiden. Wie er das lieber hat. Mir ist es halt einfach zu. Es ist halt ein riesen Bracki. Mit dem ich nicht so zurechtkomme. Einfach. So. Und ansonsten. Ja. Genau. Das war's. Ein sehr, sehr schönes Messer. Und trotzdem allen bleibe ich beim Ambulo. Was ich aber machen werde ist tatsächlich das hier abmontieren und ans Ambulo Messer befestigen. Genau. So ist es. Ach. Ich liebe das Ambulo einfach. Das ist so das absolute Nonplusultra für mich. Okay. Dann haben wir die Outdoor Messer. Drei Stück. Kommen wir zu den neuen. Ich hab's noch nirgends gesehen ehrlich gesagt. Ich hab letztens geschaut auf der Webseite selber. Ähm. Die haben jetzt einfach für. Ja. Die Wolfgangs Classic Serie nennt sich das. Das sind Küchenmesser. Äh. Das ist ein Santuko Messer. Steht auch drauf. Mit Holzgriff. Und. Auch wieder sehr schöne. Verpackung. Ist das so magnetisch hier immer so. Zack. Gefällt mir sehr gut. Also da ist dasselbe wieder. Eben. Begrüßungskarte. Kinderkrebshilfe. Gutscheincode. Gewinnchancen. Was halt so dabei ist. Und dann kommt auch das Messer schon zum Vorschein. Ich find's ja geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen. Ich find's super mega schön. Jetzt hat er diese Schutzhülle hier rum. Wenn man da aufmacht. Kommt dieses wunderbare. Und auch wirklich. Muss ich das schärfen hier. Sehr scharfes Küchenmesser zum Vorschein. Ganz klasse. Also ich hab mich richtig riesig gefreut darüber. Nochmal vielen Dank an Wolfgangs. Dass ihr mir das zur Verfügung stellt. Tolles Küchenmesser. Ja. Also da kannst du Fleisch schneiden. Alles mögliche. Äh. Ich hab da Esskastanien schon mit eingeritzt. Ist überhaupt kein Problem. Geht ganz leicht. Wirklich beeindruckend schönes Messer. So an sich jetzt mein bestes Küchenmesser das ich habe. Ich habe wirklich sonst nie ein hochwertiges Küchenmesser gehabt. Bin auch nicht so der Kochfreund. Vielleicht daher. Auf jeden Fall. Weil das hier. Hat seinen Ehrenplatz. Und dadurch schmeiße ich die. Sagen wir mal. Billig Messer. Die ich bis jetzt verwende in der Küche. Weg. Top Sache. Gefällt mir. Das ist der. Küchenartikel Nummer eins. Dann haben wir ein zweier Set. Ist auch von dieser Klassik Serie. Hier. Man kann es schon schön sehen. Ähm. Dasselbe wieder. Ähm. Das sind Schälmesser sagen sie dazu. Gut. Man kann natürlich da auch Obst schneiden mit. Ich habe es tatsächlich auch schon probiert. Ich lasse mich da nicht lumpen. Sieht dann so aus hier. Schön verpackt. Ähm. Ähm. Dann ist das kleine Messer dabei. Und ein etwas größeres. Ist halt ideal. Wenn man zum Beispiel Paprika jetzt aufschneiden möchte. Ähm. Entschälen. Äh. Entkernen will oder so. Wirklich wunderbares Messer. Sehr scharf. Macht seinen Dienst. Großartig. Da auch wieder diese Schutzhüllen dabei. Gefällt mir. Ausgesprochen gut. Die werden natürlich nach dem Video auch ihren Platz einnehmen bei mir in der Küche. Dieses habe ich jetzt schon öfters hergenommen. Ähm. Ähm. Das Messer. Das ist auch wirklich super. Zum Zwiebelschneiden. Ähm. Auch Kastanien habe ich schon damit eingeritzt. Das geht tatenlos. Top Sache. Ja. Wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Und eins habe ich ja noch. Was eben kein Messer ist. Hoppala. Wollen wir es wieder gescheit einpacken. Schaumstoff drüber. Schwupps. Top Küchenmesser kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also kein Quatsch. Ähm. Ich finde die einfach super. Tolle Sache. Ähm. Was ich noch bei den Messern sagen wollte. Es gibt ja auch bei Wolfgangs dieses Baukastensystem. Da kann man sich halt quasi sein Messer, wie man es haben möchte, selbst zusammenstellen. Griff. Etc. Schaut auf jeden Fall mal rein bei Wolfgangs. Und dann haben wir noch ein Gewürzmühlenset. Ja. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass es sowas gibt. Sehr schön. Auch wieder hier. Wunderbar. So mit dem ähm. Magnetverschluss. Und da haben wir ja schon das Gewürzset. Hm. Ganz toll. Auf der Rückseite sieht man, was da alles zu machen ist. Also Chilischotencurry, Pfeffer, Salz und so weiter. Kann man da wunderbar sehen. Ähm. Geht alles mit diesen Mühlen. Bei mir wird es Pfeffer und Salz werden. Also es ist dann eben, ich tue einfach mal alles aus. Ein Löffel ist noch dabei. Ein schöner Holzlöffel. Zum Reinigen oder was auch immer. Zum Streichen für Zeugs. Ach, egal. Wie gesagt, ich bin nicht so der Küchenmeister. Ähm, ja. Und dann eben diese Halterung. Die Platte hier, da kommt das so drauf, dass es schick aussieht. Also ich finde es super. Also es fühlt sich jetzt überhaupt nicht billig an oder so. Es ist wirklich, wirklich schön gemacht. Ja. Dann kann es schon losgehen. Ich habe leider, ich wollte eigentlich, ähm, ich war im Markt und da wollte so grobes Salz und Pfeffer besorgen. Ich habe es nicht gekriegt. Wir sind hier nicht gerade überfüllt von guten Märkten. Und ja, auf die Schnelle habe ich das leider nicht erwischt. Aber macht ja nichts. Ihr wisst ja, wie sowas aussieht. Außerdem könnte ich unten noch ein Werbevideo zu dem Set verlinken. So, aber das war nicht alles. Schön, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Es wird auch belohnt. Und zwar werde ich ein Messer hier verlosen. Das ist das, das kleine Hunters. Wenn ihr das haben möchtet, schreibt mir bitte wieder unten in die Kommentare. Wie beim letzten Mal, ich mache mit. Damit ihr nicht gespamt werdet. Wir haben ja was daraus gelernt bei der letzten Aktion. Und darum bitte ich euch eben nur reinzuschreiben, ich mache mit. Wenn ihr Interesse habt, dieses Messer zu gewinnen. Es kommt von mir direkt. Ich schicke es dann einfach zu dir. Oder zu dem Gewinner halt in dem Fall. Was die anderen beiden Messer betrifft. Ja, vielleicht verlose ich die auch. Mal schauen. Aber jetzt in diesem Video ist auf jeden Fall dieses dran. Dann viel Spaß beim Teilnehmen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und schreibt auch mal rein unten, wie euch dieses Set hier gefällt. Und ob ihr vielleicht Erfahrung mit sowas habt. Und so weiter und so fort. Dann war es das auch schon. Für dieses etwas längere Wolfgangsvideo. Ja, mir hat es Spaß gemacht, das zu zeigen. Ich hoffe euch auch. Und dann sehen wir uns bei mir auf dem Kanal. Beim nächsten Mal wieder draußen. Vielleicht in der Natur dann eben. Bis dahin. Bleibt gesund. Macht es gut. Und viel Spaß draußen. Servus. Ciao. Ciao. Ciao.